Wiesbaden ist eine tolle Stadt und das zu allen Jahreszeiten. Dass ich das nicht alleine so sehe, zeigen die rund 270.000 städtischen Bürgerinnen und Bürger, die sich in unserer Stadt zu Hause fühlen. Das zeigt aber auch die etwa eine halbe Million Gäste, die unsere Stadt jährlich besuchen. Und seit Juni 2013 können Sie sich darauf auch auf der Webseite überzeugen, auf der Sie sich gerade befinden. Wiesbaden 365. Bei den tollen Fotos, die es hier zu sehen gibt, ist immer etwas Neues und Unerwartetes aus unserer Stadt zu entdecken. Und die jungen Fotografen machen das nicht zum reinen Selbstzweck, sondern unterstützen damit auch mehrere gute Sachen, unter anderem Bärenherz. Den Künstlern wünsche ich deshalb weiterhin viele spannende Momentaufnahmen unserer grandiosen Stadt und allen Besucherinnen und Besuchern von Wiesbaden 365 viel Spaß beim Entdecken.